okay willkommen zurück zu super mario 63 wir hatten uns für heute das mieting vorgenommen das alles hier mit metal mario machen was aus mario 64 ich glaube ich habe einen großen fehler gemacht da gibt aber das mit das ist auch passiert eigentlich sind es sieht man da so langsam und diese Fisch nervt, ey. Weil die auch von unten jetzt kommen. Da ich das Ding kann ich auch nicht schwimmen. Logisch, ne? So, alles zurück. So, alles zurück. man da hin man könnte auch warten bis diese moment war da unten noch ein da muss ich mal ganz kurz nach gucken nein wir hatten da alle gut dann hätten wir da auch alles dann gehen wir mal auf die andere seite sind auch noch mal so spielen unter anderem die hier und da geht es auch interessant interessant und ich weiß wofür man das braucht okay weil hier hat man es dann nicht am anfang ist klar okay hier gibt es nur drei und auch drei star coins in zeit also hier das ist auch relativ nervig schon wieder das level und wieso so genau geht's doch einfach so hier brauchen wir dann später das wollen wir uns aber jetzt erstmal noch nicht weil jetzt müssen wir nur in die pyramide rein auch und das klingt gerade ein bisschen weil ich das projekt veränder das ist am anfang wirklich sehr einfach aber nicht sterben kann man muss einfach nur hoch springen tschau das ist dann wesentlich schwer auch wenn es ja auch relativ einfach ist das macht aber überhaupt kein spaß Was?! Ohhhhhhh Ne, jetzt bin ich Grundseiger frei Ha, wir können es aufmachen Jaaa! Wie bin ich auf dieses Spiel gekommen? Ja, ich hab mal auf Spieler, die einfach Mario-Games eingegeben. Natürlich nicht nur das. So. Also ich wusste nicht, dass man das downloaden kann, erstmal. Guck mal. Das war auch allein. Egal, kein Fettdienst, dass ich das jetzt spiele. Hier so, als Download-Games, würde ich... Nee, das würde ich dann gar nicht machen. Sonst müsste ich das. Okay. Das ist einfacher, als es aussieht. Irgendwie. Okay, hier war der meines... Starcoin und... ...ein... ...ein Sprite. Hier geht's! Save. Einfach nur save. Ein Level werden wir noch schaffen. Also. Ja, und ausgerechnet das sind jetzt die 8 Red Coins. Na dann was, nicht so in Mario 64. Ich kann mich nicht irgendwie daran erinnern, dass da ein Zusammenhang war. Oh, da ist jetzt extrem lahm. Da war es auf meinem alten PC gelaufen ungefähr. Und der war scheiße. Ah ja. Und da durchlaufen, und in den Gegner laufen. Ach, das ist schön. Ah, und noch auf die Gegner dringen. Ah, nee. Efter, dann kommt er wieder. So. Ha, weg. So. Hoffentlich geht er jetzt wieder. Ja, jetzt wieder. So. Brauchen wir das erstmal nicht. Hm. So, jetzt fehlt uns noch einer. Und die ist, glaube ich... Ja. 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 Nein. Das gibt's doch nicht. Oh, nee. Ja. Es liegt auch wieder extrem. Ihr wisst, da unten ist ja noch eine Darkoin, wofür wir das Jetpack brauchen. Wieso nicht einfach? So, damit hätten wir alle. Wieso nicht einfach jetzt hier noch drauf, um sich zu schnell holen. So, damit hätten wir das auch. So, was das letzte war, weiß ich gar nicht mehr. Also bis dahin habe ich eigentlich gespielt. Ja, dann müssen wir da wieder hoch, das geht einfach. Oh, stinkts doch nicht mehr. Gut! Okay, also nochmal reingehen werde ich jetzt nicht. Dafür ist die Zeit knapp, aber ich werde mir das Jetpack holen und werde ein bisschen die Außenwelt erkunden. Ja! 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 Dann hat man ja gar kein Jetpack mehr! Ja, da gibt's noch ein Level Und Jetzt gibt's noch, was ich machen könnte Oder Moment Der Part wird heute Einfach ein bisschen kürzer Ja, also Bis zum nächsten Part und ciao